We are the living era Aha Yumi is traitor Ne Ich bin so geil, dass ich durch die ganze Map schauen kann Hier gibt's Yumi is big traitor Ich hab ein wallglitch Ich kann euch alle Maps gucken Chris Hi Thomas Geh mal an die Treppe, da kannst du durch die Treppen gucken Ja, ich seh's Ich hab's mir angeschaut Ich seh's hier Ach du vergewaltigst Einhörner? Oh, da bin ich voll bei dir Ja Eiskalt Du vergewaltigst Einhörner Like Hi Leute Tschüss Ah, Rayon Ja? Ey, ich hab eine Privatsphäre Was? Ich geh scheißen Wenn du scheißt Nicht runterspülen Äh, doch schon runterspülen Nicht den Arsch erfischen So mag ich den dann nach 6 nehmen Ich bin der Schubi-Dag-Ding Ich weiß was ganz klar Ich bin der Schubi-Dag-Ding Na, schau ne? Das war's ja schon Ah, ich hab's ja Das ist klar Wie geil die Gurke tanzt Was? Hatte ich auch eigentlich mit Damsel Ich hab's ja immer noch süß Ich schwärf alles Ich könnte, ich will die aus dem Spiel nehmen Und so Wann und wo? Tief reinstecken Bin auf dich aber Aha Hier immer gleich alles eskaliert wegen euch Was? Wegen uns, wegen wir Weil du Wasser Ein kleiner perverslichen Bind Perverslichen Bind Alles an dir sind Grafikpack Ich hab'n Pool Oh mein Gott Wir haben aber auch einen Pool Oh, weil ich so klein bin Komm ich hier nicht raus Scheiße Helft mir bitte Okay Lieber Traitor Was ist mit dem Traitor? Ich brauch Hilfe Ich komm hier mal im Pool raus Weil ich so klein bin Ah, alles Wenn ich dich jetzt abschieße Keine Ahnung was dann ist Dann gibt's was auf den Arsch Wo bist du überhaupt? Wo bist du überhaupt? Ich bin bei den Eros Ja nicht du, ich mein Jumi Ich hab grad gemeint sie schießt Die ist wahrscheinlich auch bei den Eros WTF? Ich ging grad in so nem frischen Raum Komme ich hier raus? Kann man rausgehen? Gut, aber das hier lebt noch Das heißt, du hast sie nicht getötet Ich doch nicht Ich bin innocent Hä? Du kennst mich Chris Wir kennen uns schon so lange All die Jahre haben wir uns vertraut Nee 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 Nein Ich weiß Nee, du tue doch Ich bin am Rektor Ich tauche unter In Untertauchen Ich bin mir zu blöd das Loch zu finden Was? Das war jetzt nicht witzig Auspuff ich Ist doch schön, dass niemand mehr redet Jetzt kann ich wieder alleine reden Danke, hi Und Reion, wie geht's dir? Oh, ganz gut. Was hast du heute so gemacht? Ich rede jetzt nicht weiter. Könnt' mich mal. Warum redet denn schon wieder niemand? Ich weiß genau, wer Traitor ist. Ui, das ist die geilste Treppe. Oh, die Treppe ist so geil. Grizzly, ich seh' nicht nur die unsiegbare Treppe. Ich weiß, dass du Traitor bist. Grizzly, ich seh' nicht. Dreh dich mal um. Ja, genau in die Richtung. Da bin ich. Ja, guck her. Scheiße, der Mixco. Das ist genau. Das wär geil, wie das funktioniert jetzt. Das war ein nice try, oder? Ja, das war ein nice try. Kommt einfach mit Thomas. User entered your channel. Oh! Jeremy! Jeremiko! Hi. Hey, das Couple aus Jeremy und Yumiko. Jeremiko. Das passt grad voll. Was ist? Könntet ihr euch jetzt mal bitte umbringen? Nein! Wir lieben uns! Wer ist im Klo? Könntet ihr euch jetzt bitte umbringen? Ich bin nicht im Klo. Ich versteck mich jetzt hinter einem Error. Kacke! Scheiße, der Error ist nicht passiv. Ah! Fuck you! Da ist der Pumarang! Nein, der Pumarang ist nicht hier. Kacke! Das war geil! Ist Jeremy wieder back am Schlüssel? Jeremy bist du wieder back? Am Schlüssel? Stille? Stille? Stille, stille, stille. Also er richtig grad ist dann Headset würde ich mal behaupten. Ja, Jeremy ist wieder back! Jeremy! Co... Ja, dann können wir gleich Fett abkotten. Komm, Rayon, schnell, wir kotten jetzt Fett ab. Ja. Lass mich rein. Ja. Mach zu. Du musst schon auf deine eigene Toilette. Nein, ich muss nicht gleich mit einer. Das geht sich raus, geh weg. Geh weg. Warte, ja, ich kann nicht. User disconnected from your channel. Geil. Alles klar. Jetzt hat er aber disconnected. Geh weg da, wir müssen das Klo kaputt machen. Das geht kaputt, geh weg. Ja, dann lass mich raus. Ich hab nur noch sehr... Nein, geh weg. Rayon. Ja. Gut gemacht. Später Kim. Kommt jetzt Jeremy oder wie ist das? Keine Ahnung, er hat irgendwas gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Warte, er ist wieder in der Eingangshalle. Hallo. Er ist wieder in der Eingangshalle. Geh weg. Nein. Geh weg. Nein. 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 Nein, Piss. Hi. Ich verstecke mich hinter dem Error. Bodyguard Error. Bodyguard Error. Ne, das wollte ich nicht. Ciao. Alter, das ist der geilste Raum hier. Ah, Mann. Den Raum habe ich auch, glaube ich. War das der blaue. Ja. Genau. Der ist geil. Was auch immer. Errors sind geil. Der Wahl ist nett. Der Wahl ist Traitor. Der Wahl ist Traitor. Danke. Ich bin der Schultagin, ich bin der Schultagin, ich weiß was gut, ich bin der Sinn, bang, bang, bang und ganz viel um, da fallen alle weine um, ich bin der Schultagin, der ganz ruhig am kommt zu sein. Nein, ich bin der Boss im Internet, wenn ich nicht mit dem Kinder-Netz, wenn ich nicht mit dem Kindern-Netz. Ja, komm. Das könnte ich nur sagen. Ich will. Oh. Kommt jetzt denn, Jeremy noch oder wie ist das? Eine Ahnung, er ist in der eigenen Zahlung connected und disconnected die ganze Zeit. Wenigstens bin ich im Whirlpool gestorben, das ist ja schon was, ne? Kann nicht jeder von sich behaupten. Ist das nicht mal im Whirlpool gestorben? Doch, ich bin meine Leiche lag im Whirlpool. Ey, hier ist auch ein Pool. Der neue. Da kannst du sogar rausgeben, zieh dir das an. Zieh dir das mal an. Ne, das kriege ich nicht hin, deswegen gehe ich nicht rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Traitor zieht gleich eine G-Hard-Bomb. Sorry, Anu. Ne, das müsste ich erst suchen. Hier kommst du, glaube ich, nicht mehr raus. Doch, kratsch. So, jetzt sind du jetzt die G-Hard-Bomb. Hier müsste ich erst suchen, da habe ich keine Zeit. Komm ich hier raus? Du kommst hier nicht mehr raus, du bist zu treibend. Ich fühle mich gemobbt. Warte, warte, warte. Nein! Komm, Traitor! Nein! 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 Nix Kopf! Wieso hast du nicht einfach die G-Hard umgezündet? Das wäre der perfekte Moment gewesen. Nee. Einfach irgendeine Bombe generell. Ach, ich habe mich mit der... Ich glaube, der Bombe hätte auch reichen. Nein, das ist die Lüge. Ist genau dasselbe, nur mit einem anderen Sound. Oh, ich habe einen Beagle. Nein. Ich habe eine Riffle. Komm, Violator. Eine Riffle. Ein Riffle. Ich habe eine Smokegranate. Zieh dir das rein. Smokegranate? Ja, da. Dirk Mayumi. Da. Und ich glaube, sie war gerade im Crater Shop, weil sie einfach nur still rumstammt. Sicher nicht? Skynet Mountain. Go fast with the limits. Ich habe einen DG. Ich habe einen DG. Ich habe einen Schmau. Ja, gegen die Decke. Schieße dich gegen die Decke. Okay, jetzt wirklich eine DG. Schieße. Oh, kein Ernst! Fuck you! Ich habe ihn noch einmal getroffen. Ja. Wie viele AP? 55. Scheiße. Ich habe dich, glaube ich, in 5, 6, 7... Ich sag doch, die hacked. Ich bin Profi-Hackerin. Mhm. Glaub ich schon langsam. Ja, du machst das mit deinen Gedanken, nicht wahr? Mhm. Brain-Hacker. Ich bin hier mal am Pistoir. Viel Spaß am Pistoir. Mag auch. Ich lutsch da jetzt. Oh mein Gott, ich bin mit dem Kopf am Pistoir. Tja, wer es braucht. Ich sag da gegen ihn. Hi. Wollen wir wieder? Warte, ich komme auch. Warte, warte, warte. Hi. Oh, oh! So, was kommt jetzt? Wer nimmt DG. Scherbomb? Ich sorg dafür, dass niemand entkommt. Alter. Wer zündet die Bomb? Ich gehe jetzt ins Klo. Mach auf! So zündet es das. Nee. Nee. Warum geht das Klo ja nicht auf? Alter, was macht ihr? Alter, diese Random Kill so dummer auf. Ah, so macht TTT keinen Sinn. Weil er dich nicht rauslässt. So macht TTT so keinen Sinn. Du kannst dich einfach irgendjemand töten. Nur weil er dich nicht rauslässt. Das funktioniert so nicht. So geht TTT nicht. Ich mach das in echt. Okay, also ich random kill jetzt Jumi am Anfang. Okay. Okay. Dann müssen wir ja schon mit der Traitor bist. Wo ist Jumi? Wo ist Jumi? Ich traite Chris. Nee, bin ich nicht wahrscheinlich bis zum Traitor, aber. Ja, bin ich. Oh, ist Jumi. Ich random killiert sein. Okay, dann wenn ich dich und dann hab ich gewonnen. Okay. Mach mal so. Wo ist Jumi, okay. Aber wo ist Jumi? Wann? Wann? Wahrscheinlich im Wernlepuhle. Nee, im Wernlepuhle. Das ist ein riesiger Mett. Ich hab das Gefühl, ne? Drei Gänge. Also hier seh ich sie nur nicht. Ich folge dir. Ich geh da nicht runter. Da komm ich doch eh wieder nicht hoch. Hier seh ich sie auch nicht. Da hinten war irgendwo die Treppe von dir. Hier ist die geile Treppe. Und ich seh sie auch nicht durch die Treppe. Nee, noch geilere Treppe ist hier hinten irgendwo. Ich seh sie nicht durch die Treppe. Ist das Jumi oder bist das du? Das war... Ich. 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 Das war der Error. Jumi. Ich random kill dich. Vielleicht ist Jumi auch schon tot, Chris. Ich. Ich. Nein, ist sie nicht. Doch. Nein, ist sie nicht. Das ist ja das. Ich weiß, was gute Spiele sind. Peng, peng, peng. Und ganz viel Bumm. Da fallen alle Feinde um. Ich bin der Schüler, der Kinder. Ganz Welcome to that. Ich bin der Boss im Internet. Und ich will mich mit den Kindern weg. Es. Really? Ja, ich ulti. Ich bin im geilsten Raum gerade. Skynet Gaming. Private Messages, FAQ, Kalender, Community. Geil. Aircraft ist geil, aber irgendwie auch scheiße. Aircraft ist geil, aber ist leider voll mit den Grafiken. Was ist MNS oder MSN? Keine Ahnung. Wäre das jetzt MNS, würde ich wissen, was das ist. Was denn? Kriegs? Ja. Forgotten Menschen. Oh Gott, ich glaube... Nein. Das vergesse ich doch wieder.